Wer wird Millionär verliert seinen Sendeplatz. Ab kommenden Montag wird die beliebte Quizshow durch das RTL-EM-Studio, alle Spiele, Tore, Emotionen mit Jan Köppen und Elton ersetzt. Fans von Wer wird Millionär müssen jetzt ganz stark sein. Ab kommenden Montag wird die Quizshow nicht mehr, wie gewohnt, zur Primetime auf RTL zu sehen sein. Vorerst natürlich. WWM und Günter Jauch, 67, gehen in die Sommerpause. Aber was läuft stattdessen? Jan Köppen übernimmt Günter Jauchs Sendeplatz ganze drei Monate lang müssen Fans der Show ohne Wer wird Millionär auskommen. An welchem Tag im September die Sendung genau wieder über die TV-Bildschirme flimmern wird, ist noch nicht bekannt. Nur so viel, dass die erste Folge nach der Sommerpause spektakulär werden soll, da die Quizshow 25-jähriges Jubiläum feiert. Auf den ursprünglichen Sendeplatz am Montagabend werden jetzt keine geringeren als Jan Köppen, 41, und Elton, 53, landen. Zur am 14. Juni startenden Europameisterschaft zeigt RTL das RTL-EM-Studio, alle Spiele, Tore, Emotionen mit den beiden Moderatoren. Was zwischen der EM-Sendung und Wer wird Millionär am Montagabend auf RTL laufen wird, ist noch nicht bekannt. Was zwischen der EM-Sendung und der EM-Sendung und der EM-Sendung und der EM-Sendung.